Alle haben den rechten Pfad bei uns gefunden. Aber das Böse hat bekanntlich viele Gesichter. Langweilen wir dich? Naja, ich muss mal aufs Klo. Kann das nicht warten? Eigentlich nicht. Dann geh Paul. Geh scheißen. Adam, Ivan Fjellstedt, aber Ivan reicht. Adam wohnt ab heute bei uns. Adam, das sind Khalid und Gunnar. Ist das ein gutaussehender Mann? Dein Vater? Das ist Hitler. Nein, Hitler hat den Vollbart. Das ist unser Apfelbaum. Auf den sind wir so richtig stolz. Ich möchte, dass du dir ein Ziel setzt, Adam. Ich will was packen. Einen Apfelkuchen? Ja, einen Apfelkuchen. Der hat meinen Kater erschossen. Nein, der Kater war ja schon ziemlich alt und lebensmüde. Da hat er sich einfach in die Kugel fallen lassen. Ivan ist auch nicht ganz normal. Vermutlich stellt der Satan uns auf die Probe. Indem er mich nicht backen lässt. Gott ist nicht auf deiner Seite. Doch, ist er. Hat das irgendwas mit dieser Birnentorte zu tun? Das ist ein Apfelkuchen. Alles klar? Ja. Du bist so gut wie tot. Was soll denn der Scheiß? Ich bin gestrefft, Mann. Bis zum nächsten ministrem. Bis zum nächsten Mal. Außerdem